So, willkommen beim Flughafen Feuerwehrsimulator. Ein wahnsinnig aufregendes Spiel, glaube ich. Da habe ich mir das auch sofort hier geholt und will das jetzt mal spielen, weil ich schon nicht mehr ohne kann. Ich habe hier schon mal alles eingestellt. Ich glaube, ich bin laut genug. Dann gehen wir einfach mal rein jetzt in das neue Spiel. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. So. Aha. Oh, was nu? Maussensitivität ist... Bisschen schnell weiter E drücken. Oh Gott, kann man das runterstellen? Ah, traumhaft. Oh, du Scheiße. Oh Gott, die Steuerung ist traumhaft. Ich kann überhaupt nicht... Ich soll meinem Chef aufs Klo folgen. Ja, man sieht also hier bei der Feuerwehr, da geht alles... Also, da geht man auch mal mit seinem Chef aufs Klo. Ja. Ah, ist das lustig. Ich meine, der geht auch schon wie eine Tunte. Entschuldigung, ich habe nichts wie Geschwule. Oh Gott. Äh, ja. Also, diese Maussensitivität ist einfach nur toll. Äh, bin ich nicht gerade hier. Moment. Ich glaube, ich bin... Ja. Ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen und diese... Wie das muss ich umstellen. So, ich bin... Da muss ich mich hinterherstellen, das ist ja hier. Flughafen, Feuerwehr sind also alle. Ja. Schön. Hier ist mein Büro. Traumhaft. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal hier. Kann man irgendwie... Frauentoilette auch reingehen. Ja, ist alles sauber. Ich kann so nicht spielen, das geht ja gar nicht. Oh, ich habe meinen Chef verloren. Vielleicht ist er hier. Ach, da hinten spult er rum. Ich bin dran. Okay. Hä? Okay. Man sieht ja auch ganz deutlich, die Figuren sind... Wie kommt man denn hier raus? Gar nicht, oder was? Ach du Scheiße. Der sieht auch aus wie man schenkt. Welcher ist jetzt mein Chef? Ich habe meinen Chef verloren. Dann gehen wir jetzt... Grafikpracht hier. Ich bin total begeistert. So. Hier der Publisher. Ne, der Hersteller. Welcher ist denn jetzt mein Chef? Die sind alle gleich. Oh Gott. Ähm. Ja. Es wird doch dunkel jetzt gerade hier. Die Steuerung ist echt... Ich will nicht sagen für den Arsch, aber sie ist für den Arsch. Oh, jetzt haben wir hier den Müll. Oh, man kann springen. Hui. Hui. Was kann man denn noch... So, kann mir irgendjemand sagen, wo mein blöder Chef hingegangen sein könnte? Ich hätte nicht aufs Damenklo gehen sollen. Hier wollen wir nicht. Hier wollen wir nicht. Hä? Wo ist denn noch alle gleich eingerichtet? Das ist... bei der Feuerwehr so. Ey, du. Wo ist denn... die Rolf hin? Komm, guck mal in die Tasche. Hier ist die Küche. Ähm, ist klar. Ja. Wie geht es? Wie geht es? Ja. Wie geht es? das ist scheiße ich gehe jetzt einfach mal dem hier hinterher, der sieht so aus wie mein chef na gut, die sehen alle aus wie mein chef ich tu mir noch was drücken, hui, oh, ouch gut, das war wohl nicht mein chef, der wollte hier einfach mal an der wand gucken oh Gott, ist das schlecht yeah, Röms wenn wir jetzt die Küche finden würden, dann würden wir auch wissen, wo er war, aber ha, hier, ha oh, der sieht tatsächlich anders aus mein Gott nimm mal kurz so dann wollen wir mal ja weiter hinter unserem chef herspucken hier siehst du, oh, die Tankfahrt steht hm ja das ist immer ausstellung, ich, ne wenn ich das nicht umstellen kann, dann spiele ich es auch nicht weiter die Notarztwagen und der RTW mhm fallen nicht in unser Aufgabengebiet na gut hui oh Gott, ich kann ja fast auf dieses Auto springen was war das? Panther kann ich vielleicht nicht hier rauf hui das ist ja toll ja, so machen wir das die Feuerwehr, Leute man kennt das man springt hier einfach auf einen weiß ich nicht drauf und dann auf einen Panther kann man bestimmt auch hier von dem Notarztwagen auf den Rettungswagen auf den Panther je, hier ist kein Panther, sind normaler nisch oh da bricht die Framerate ein Framerate Framerate also das ist mit Abstand das äh langweiligste Tutorial, das ich je gespielt habe man erkennt unser Chef übrigens an der Haarfarbe Chefs haben graue Haar puh, ist das langweilig da hinten kommt schon wieder ein Kollege aus dem Fenster kann er es nicht überspringen? oh Gott ja, bla bla ich kann jetzt nicht durchgehen es ist hier wahrscheinlich der Besprechungsraum wenn man ein Telefon an dem Tisch sieht und ich kann ja nicht überspringen ich kann ja es sind aber ich kann ja ich kann ja ich kann ja Oder was? Oh, herrje. Was sind denn da jetzt hingelaufen? Ja. Da. Das hier ist unser Leitstand. Und wie man natürlich bei einer guten Feuerwehr sieht am Flughafen, sitzt da auch keiner drin. Weil die sind damit beschäftigt, nämlich aus dem Fenster zu gucken. So wie mein Chef jetzt auch. Ja. Danke. Schön. So, wir sehen die wichtigsten Stellen hier. Zum Beispiel unsere Linksbums-Fahrzeuge. Puh, ist das anstrengend. Wenn ich diese Maus einmal einen halben Millimeter drehe, jetzt ist der drehe, dann dreht sich dieses Ding hier einen halben Kilometer. Ich würde das Tutorial gerne noch zu Ende machen hier. Vielen Dank.